Athen, 19 Januar 2020. Das bekannte griechische Restaurant ist voll besetzt als vier maskierte Personen das Lokal betreten und das Feuer eröffnen. Der Angriff dauerte nur 30 Sekunden. Vor den Augen deren Frauen und Kinder wurden die hochrangigen Mitglieder des Skaljari-Clans Igor Stamatovic und Dedovic erschossen. Das war nicht der erste und nicht der letzte Mord in Bandenkrieg. Über 50 brutale Morde und ein Ende der Mordanschläge der zwei rivalisierenden Clans ist nicht in Sicht. Egal ob in Spanien, einem vollbesetzten Athener Restaurant oder der Wiener Fußgängerzone. Wer einmal auf der Todesliste der zwei verfeindeten Clans steht, für den gibt es kein Entkommen. Mal wurden die Opfer per Autobombe in die Luft getrennt, mal mit Maschinenpistolen durchsiebt. Die Clans engagierten sogar Kriegsveteranen als Scharfschützen und benutzten manchmal zur Tarnung Gesichtsmasken aus Silikon. Die überforderte und korrupte Polizei Montenegro scheint machtlos zu sein und bis auf wenige Fälle sind die meisten Morde bis heute unaufgeklärt geblieben. Willkommen bei einer neuen Folge von History to go true crime. Im heutigen Video geht es um einen der blutigsten Bandenkriege Europas, der seit 2014 über 50 Menschen das Leben gekostet hat und dessen Ende immer noch nicht in Sicht ist. Wir blicken heute in den Abgrund der Drogenbanden vom Balkan, die nicht minder brutal sind als die mexikanischen oder kolumbianischen Kartelle. Es geht um eine sechs Jahre andauernde Fede zweier montenegrinischer Drogenclans, die eine Blutspur in ganz Europa hinterließ. Aber in diesem brutalen und erbarmungslosen Krieg geht es um mehr als um die Vorherrschaft im europäischen Drogenhandel. Das Zentrum dieser Clans ist der an der malerischen Adria-Bucht gelegene Urlaubsort Cotor. Das montenegrinische Collione Die illegalen Geschäfte des Cotor-Clans liefen ausgezeichnet bis 2014 in Valencia aus der Wohnung des Gangsters Goran Radoman 200 Kilogramm reins des kolumbianisches Kokain gestohlen wurden. Der Montenegriner befand sich zu der Zeit wegen eines Verkehrsdeliktes in Kuba im Gefängnis. Der legendäre mittlerweile verstorbene ehemalige Fußballspieler Maradona höchstpersönlich verhalf ihm damals aus dem Knast. Als dann Radoman nach Spanien zurückkehrte, waren die Drogen aus seiner Wohnung verschwunden. Radoman behauptete sie seien ihm gestohlen worden, andere wiederum glaubten ihm nicht. Das war der Grund, dass der Cotor-Clan sich in zwei Gruppen aufspaltete. Benannt nach den zwei Vororten des Urlaubsortes Cotor. Scagliari und Cavac Das war der Anfang des bis heute andauernden mörderischen Bandenkrieges über die Kontrolle der internationalen Kokainrouten von Südamerika nach Europa, von den über 50 ermordeten Menschen. Darunter sechs unschuldige Opfer wurden die meisten in Montenegro und Serbien ermordet. Aber auch in Bosnien, Deutschland, Österreich, Spanien, Griechenland und den Niederlanden. Die verfeindeten Clans engagierten nicht nur Gangster vom Balkan, sondern auch Profikiller aus Südafrika und den Vereinigten Staaten. Die meisten Europäer kennen das kleine Montenegro mit seinen traumhaften Stränden und idyllischen Bergen vor allem als Urlaubsland. Dabei ist den internationalen Strafverfolgungsbehörden wie Interpol und FBI das Land schon lange als Mekka für organisierte Kriminalität bekannt. Seit den grausamen Bürgerkriegen in Ex-Jugoslawien entwickelte sich in den 90er Jahren starke Mafia-Strukturen, die für den Staat wichtige Güter sowie Zigaretten, Benzin und Waffen schmuggelten, da Serbien und Montenegro damals unter den von der UNO international verhängten Sanktionen litten. Italiens Küste ist nicht weit und deswegen kam es schnell zu einer regen Zusammenarbeit zwischen der montenegrenischen und kalabrischen Mafia. Nach dem Ende des Krieges und der Unabhängigkeit Montenegros 2004 stieg dann die montenegrenische Mafia, die zu dem Zeitpunkt schon lange mit Regierung und Polizei des kleinen Balkanlandes gut vernetzt war, auf Schutzgeld, Erpressung sowie Drogen, Waffen und Menschenhandel um. Jahrzehntelang war dabei der Clan des Dorco Schorj die unangefochtene Nummer 1 im Drogenhandel auf dem Balkan. Aber nachdem diese Organisation international so mächtig wurde, musste die serbische Regierung auf Druck der USA eingreifen und die weltweit operierende Organisation wurde in der koordinierten internationalen Aktion namens der Balkankrieger von DEA, CIA, Europol sowie dem serbischen Geheimdienst zerschlagen. Da nutzten auch nicht mehr die Verbindungen zu höchsten serbischen Regierungskreisen wie dem damaligen Innenminister Serbien Stetsic nicht. Der Herr Minister wurde nämlich vom serbischen Geheimdienst gefilmt, wie er und seine engsten Kabinettsmitglieder sich mit verurteilten Mitgliedern des Scharic-Clans trafen und der verurteilte Verbrecher genannt Misha Banana dem Innenminister ein abhörsicheres Handy schenkte. In der besagten internationalen Operation schlugen die Ermittler in mehreren Staaten auf drei Kontinenten zu. Vor der Küste Montevideos beschlagnahmten die Behörden Uruguays auf einer Yacht 2,2 Tonnen Kokain und verhaftete die Crew. Zu gleichen Zeit wurden in mehreren europäischen Ländern zahlreiche Mitglieder des Scharic-Clans verhaftet. Und als sich der Boss Scharic nach mehrmonatiger Flucht 2014 den serbischen Behörden stellte, nutzte der bis dahin kleine Kurve-Clan diese Schwäche aus. Sie ermordeten Scharic-Stellvertreter Dudic und übernahmen nach und nach das lukrative Geschäft mit dem Transport des Kokains von Lateinamerika nach Europa. Aber kehren wir zum Ausgangspunkt des blutigen Konflikts zurück. Dieser besagte Radomann, der für das Verschwinden der Drogen in Spanien verantwortlich gemacht wurde, war gleichzeitig auch das erste Opfer des sechs Jahre andauernden Bandenkrieges. Der Killer ging dabei eiskalt vor. Er hockte in der unterirdischen Garage und wartete geduldig, bis Radomann seinen gepanzerten BMW parkte und mit dem Aufzug hoch in seine Belgrader Wohnung fahren wollte. Aber als sich die Aufzugtür öffnete, überraschte ihn der Killer und überschüttete ihn mit 25 Kugeln aus einer vollautomatischen Waffe. Die Leiche wurde später von einem Nachbarn entdeckt. Nur Stunden zuvor flog in der Hauptstadt Montenegro's Podgorica der Audi eines der Garage-Anführer Vokotic in die Luft. Er hatte Glück, dass er nur ein paar Sekunden vor der Explosion gemeinsam mit seinem kleinen Sohn den Wagen verlassen hatte. Das zweite Opfer der zwei aufgespaltenen Gruppen war der montenegrinische Abgeordnete und Politiker Sascha Markovic, der aus einem Hinterhalt ermordet wurde und, wie sich später herausstellte, das Pech hatte mit seinem Verwandten Goran Dschuritschkowitsch verwechselt worden zu sein. Aber das half den durch die Verwechslung entkommenen Geschäftsmann nicht viel. Er wurde kurze Zeit später von einem Scharfschützen in seinem eigenen Restaurant getroffen und vieltödlich getroffen von der Terrasse ins Meer. Für diesen hinterhältigen Mord wurde der bosnische Serbe Popovic angeklagt, da man seine DNA-Spuren an den gefundenen Patronenhülsen fand. Der Getötete hatte davor schon zwei Mordanschläge überlebt. Einer davon passierte eine Woche nach dem Mord an Radoman im spanischen Valencia, wo Dschuritschkowitsch angeschossen wurde aber fliehen konnte. Den anderen Mordauftrag sollte eigentlich der Südafrikaner Gregory Ferraris ausführen. Der Kampfsportler wurde aber seit seiner illegalen Einreise nach Montenegro von der Polizei beschattet und vor dem geplanten Anschlag verhaftet. Der Südafrikaner behauptete er wäre vom Kavatsch-Klan-Mitglied Alexander Markovic engagiert worden, den er in Frankreich bei der Aufnahmeprüfung zur französischen Fremdenlegion kennengelernt hätte. Des Weiteren sagte er der Staatsanwaltschaft aus, dass er einwilligte für 50.000 Euro eines der Köpfe des rivalisierenden Skagliari-Klans Dschuritschkowitsch zu töten. Für diesen vorerst vereitelten Mordanschlag an den Montenegro wurde der Südafrikaner zu fünf Jahren zu Rundhaus verurteilt. Sein Auftraggeber Markovic bekam sechs Jahre Haft. Die Familie Dschuritschkowitsch traf es dreifach hart. Nicht einmal ein Jahr nach dem Mord an Goran wurde sein Verwandter Radomir aus einem Hinterhalt auserschossen. Ein weiterer Verwandter namens Milosz kam mit dem Schrecken davon, als er auf seiner Wohnungsterrasse stehend von einer Kugel im Gesicht gestreift wurde. Alle drei waren Mitglieder des Skagliari-Klans. Im selben Monat wie Goran Dschuritschkowitsch wurden zwei weitere Clan-Mitglieder ermordet. Sigmil, der früher für die montenegrinische Polizeispezialeinheit arbeitete, wurde im bosnischen Mostar erschossen und Ivan Lopitschitsch, der vor seiner Haustür in Montenegro erledigt wurde. Das Jahr 2015 war somit ein Schwarzes für den Skagliari-Klan. Und das Jahr 2016 begann genauso blutig wie das letzte aufgehört hatte, da sich der Kavatsch-Klan grausam rächte. Dabei muss man wissen, dass in Montenegro die Blutrache noch sehr verbreitet ist, obwohl sie in den 50ern von den Kommunisten verboten wurde. Der Rache der Skagliaris fielen die Kavatsch-Klan-Mitglieder Radovan Matovic und Sartan Vlachovic zum Opfer. Matovic genannt Rakila im Februar und der in seinem Auto erschossene Vlachovic-Security des Kavatsch-Klans Fs. Nicht einmal eine Woche später tauchte der Leichnam eines hochrangigen Mitgliedes des Kavatsch-Klans in serbischen Novi Sed am Flussufer der Donau auf. Aber diesmal soll es kein professioneller Mord gewesen sein, sondern Ducic soll nach einer Schlägerei in die Donau gefallen und ertrunken sein. Ein paar Tage später in der gleichen Stadt wurde das Auto von dem Boss des Kavatsch-Klans Kasch-Elan an einer Ampel von einem vorbeifahrenden Motorrad durchsiebt. Er und sein Leibwächter wurden beide angeschossen, aber Kasch-Elan überlebte schwer verletzt den Mordanschlag. Danach schwor der Clan-Chef nicht zu ruhen, bis alle Skagliaris ausgerottet sind. Die Rache ließ nicht lange auf sich warten und im September dann mussten zwei Mitglieder des rivalisierenden Kartells dran glauben. Die Skagliaris-Boschniak und Biskupovic wurden per ferngesteuerter Bombe zerfetzt. Der wohl spektakulärste Mordanschlag der zwei verfeindeten Clans ereignete sich wohl am 22. September im Gefängnis von Spusch. Wie in einem Hollywood-Streifen wurde der Häftling Dalibor Czuric im Hof der Montenigrénischen Vollzugsanstalt von einem Scharfschützen tödlich getroffen, als er sich gerade auf dem Weg zum Fitnessraum befand. Der Schütze erschoss ihn von einem Hügel unweit des Gefängnisses. Der Gefangene hätte gar keinen Zutritt zum offenen Bereich haben dürfen, da den Anstaltsbehörden nämlich bekannt gewesen war, dass das Leben des Clan-Mitgliedes gefährdet war. Danach häuften sich die gegenseitigen Morde in immer kürzeren Abständen. Das nächste Opfer des außer Kontrolle geratenen Bandenkrieges der beiden verfeindeten Clans war der Geschäftsmann Beretta. Im Auftrag der Kavatsch ließ der Killer von einem fahrenden Motorroller einen Kugelhagel auf den in einem Café an der Küste Montenegros sitzenden Beretta niederregnen. Dabei tötete der wild schießende Mörder außer Beretta auch noch zwei unschuldige Menschen. Den Besitzer des Lokals und den Gynäkologen Setschewitsch. Die beiden hatten einfach nur das Pech zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Spätestens jetzt wurde klar, dass der früher geltende Kodex keine Frauen und Kinder oder Unschuldige zu töten nicht mehr galt. Der Skaljari-Clan hatte zwar grausam zurückgeschlagen, aber ein weiteres Ereignis sollte sich zu deren Nachteil entwickeln. Nämlich der Mord an den Anführer der Hooligans des serbischen Vereins Partisan Belgrad Alexander Stankovic genannt Sascha der Stumme, dessen Verein die Drogenschäfte in der Hauptstadt kontrollierte. Nachdem der Anführer der sogenannten Janitscharen in Gesellschaft eines Gefängniswärters in seinem Audi von einem Kugelhagel durchsiebt, wurde erklärte der serbische Innenminister Stefanovic live im Fernsehen, auf einer extra dafür einberufenen Pressekonferenz, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Der zwei Jahre später in der Türkei verhaftete Boss der Skaljari-Svukotic soll den Mord an Stankovic angeordnet haben und dafür Kokain im Wert von 300.000 Euro bezahlt haben. Er wurde 2018 an Serbien ausgeliefert und verurteilt. Die Regierung des Landes verhängte zwar gegen alle Mitglieder der beiden verfeindeten Clans Einreiseverbot und ließ bei landesweiten Razzien zahlreiche Kriminelle verhaften. Aber die Investigativjournalisten der serbischen unabhängigen Organisation Krieg warfen der Regierung vor sie würden nur gegen den Skaljari-Clan vorgehen. Während der gegnerische Kavac-Clan von den serbischen Behörden kaum verfolgt werde. Des Weiteren deckten die Journalisten zahlreiche Beziehungen der kriminellen Organisation des ermordeten Alexander Stankovic alias Sascha der Stumme mit der serbischen Polizei und Mitgliedern der Fucic-Regierung auf. Stankovic war in mit Vucic befreundet, dieser war ein hochrangiger Mitarbeiter der Gendarmerie, einer serbischen Polizeispezialeinheit. Mitglieder der Janitscharen sollen sogar bei der Amtseinführung des Präsidenten Fucic als Sicherheitsdienst engagiert worden sein. Dabei wurden regierungskritische Reporter und Bürger von den Security-Leuten von der Feier gewaltsam entfernt. Weiterhin behauptet die unabhängige journalistische Organisation Krieg der Sohn des serbischen Präsidenten Danilo Fucic sei mit Mitgliedern der Hooligan-Organisation, die Janitscharen, eng befreundet. Das sollen zahlreiche Fotos beliegen, die den Präsidentensohn gemeinsam mit Clan-Mitgliedern der Janitscharen wie Alexander Vidojevic bei gemeinsamen Feiern und Veranstaltungen zeigen. Auf einem der Fotos sind die beiden bei einem WM-Fußballspiel in Russland zu sehen. Die von der Regierung kontrollierte Boulevardpresse schrieb sogar, der Clan plane den Mord an den serbischen Präsidenten Fucic. Aufgeschreckt durch die zahlreichen Morde und vor allem durch das kompromisslose Vorgehen der serbischen Behörden fuhren die Gangster beider Clans nur noch in gepanzerten Fahrzeugen und wechselten oft ihre Verstecke, die sie in ganz Europa hatten. Mit gefälschten Pässen ausgestattet tauchten sie in verschiedenen europäischen Staaten unter. Trotz dieser radikalen Sicherheitsmaßnahmen wurden die meisten Gangster später trotzdem getötet. Quer durch Europa wurden die Gangster einer nach dem anderen aufgespürt und exekutiert. Abonniert den Kanal um Teil 2 nicht zu verpassen.